ok über eine bildschirmaufnahme funktioniert so okay ich glaube das sollte hell genug für euch sein oder vielleicht für den stream gehen wir mal auf 70 das ist ja hell genug ist dass ihr alles seht ja wir brauchen natürlich ein neues spiel wir nehmen den leeren steig schwierigkeitsgrad tun wir nicht weh darf ich spielen papi lass sie nur kommen mittlerer schwierigkeitsgrad für gelegenheit spieler mittlere schwierigkeit für erfahrene spieler für profi spieler heldenhafte spieler für unerschreckende spieler ich glaube wir bleiben hier mal auf standard und dann in der wirklichkeit aufzuwachen sie sind echt wir sehen uns auf der anderen seite können also general totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt schalten wir den general aus haben wir das regimen bei den beiden das ist der oder das ist totenkopf helfen sie bei der entscheidung alles was sie tun müssen ist denjenigen anzusehen den ich sezieren soll ich dachte ich hätte alles gesehen aber wahre grausamkeit bis jetzt noch nicht wenn das so ist muss er in die nervenklinik und ich sehe jemanden sie heißt anja kümmert sich gut um mich 1960 die usa kapitulierten vor zwölf jahren nachdem das regime atombomben eingesetzt hat in einem zog nach berlin ich bin oberst leutnant engel sehr schöne und vollkommene züge die widerstandskämpfer wo sind sie dj blaskowitz karolina sie leben wenn man ihnen sack scheiß neben nennen kann sie glauben der krieg ist vorbei dass wir schwach sind geschlagen nicht den mut haben gegen sie zu kämpfen und wie immer irren sie sich sattroth laut offiziellen register wurde er festgenommen und in das lager sello gebracht sie sind sattroth ich bin mir nicht sicher was wissen sie über sattroth sie sind ein deutsches schut die quelle der regimentechnologie ich werde sie retten ich hoffe du findest danach du suchst mein freund mein name ist pompate berlin j blaskowitsch pass auf da draußen niemand verlässt mich naja wachshalt ich mag dich auch max max mag keine gewalt und er will nicht dass jemand verletzt wird die darti shoot sind eine uralte mystische gruppierung wir erfinden dinge die technologie der darti shoot ist allem was sie jemals gesehen haben in vielen jahrhunderten dort aus willkommen zurück in berlin blazkowitsch ihre alte freundin frau enge befehle ich den angriff totenkopf muss sie für ihre taten im lager befördert haben hey captain sie haben die hammerfaust entführt das größte u-boot in der gottverdammten flotte des regimes da gehen so schnell es geht in die basis ein fägen sie totenkopf vom erdbogen totenkopf hätte den man schon längst töten sollen ich erledige die bestehen wir sind auf position atomkanone geladen kann ich feuer feuer frei ok da haben wir einen kleinen rückblick gehabt von wolfenstein die new order und ich würde sagen jetzt geht's richtig los mit dem game william blazkowitsch findet ihn blazkowitsch dein vater kommt heute nicht heim er musste nach dallas oh mein junge er hat dir so weh getan ruh dich aus werde gesund es gibt suppe und haferbrei was möchtest du nur zu Captain treppen sie eine waage so stur Captain Blazkowitsch gute eigenschaft meine ist Geduld endlos irgendeinen muss ich scheinbar opfern wir nehmen den hier anja was ist da ist er Caroline Irland william oh du dummerchen hast du gedacht wir lassen dich hier zurück der scheiße seiner in der allen wegen raus halt sie drin leg die hände drauf das ist nicht gut er muss in den Hubschrauber sagte sagte 1 2 hoch ein segen vollbracht zu haben wofür ich auf diese welt gekommen bin im Gegend von freunden die fliegen du hast keine Ahnung es ist so zu leid wie ich wir sind raus feuer ja madam hilfe er verblutet schneller Maxis und eine große hitze überkommt mich ich glaube der himmel brennt das stimmt nicht Caroline er stirbt er läuft blau an wieder klopft der sensenmann an ruft nach mir tritt ein alter freund tut mir leid die warterei gesegnet seist du unser gott der du bist im himmel ich will dir was zeigen billy mein vater sagte wenn ich einen sohn hätte sollte ich ihm das geben das ist ein verlobungsring der ist seit acht generationen im familienbesitz kannst du dir das vorstellen ein wahres erbstück wenn du eine besondere person triffst steck ihn ihr an den finger er ist eine menge wert sag deinem vater nichts von dem ring er nimmt ihn sonst weg er weiß nichts davon du weißt wie er ist Sophia Mama bin ich freigesprochen weichartig und brav darf ich die schönheit des himmels spüren du hast keine Ahnung wie es ist so zu leidern wie ich oh nein Mama ich komm in die Hölle ziehen sie die bombarde ich muss ihnen die eingeweide rausschneiden retten sie ihn setz bitte bleibt sie bei uns blazkowitsch kämpfen sie dann verspreche ich ihnen ich verspreche ihnen dass alles gut wird Kinder Kinder wir brauchen einen Blutspender schnell gut zuhör zieh sie sie auch lecker ja 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 ich brauche Licht bleib da still jetzt er kommt Sophia ist er da drin Sophia geh mir aus dem Weg er hat das nicht verdient und das weißt du geht kein scheiß ich hab ihn mit ihr gesehen er ist jung er mag sie er weiß es doch nicht besser er weiß genau dass er sich nicht mit dieser kleinen nädlerin abzugeben hat du tust meinem so nicht weh nicht mehr du hast keine Ahnung dies ist so zu leiden wie ich oh Sophia jeden Tag reiße ich mir bis zum abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen und erniedrige mich damit es weiter geht ich hab die beiden zusammen gesehen Sophia haben unter der Pappel miteinander rum gemacht ich verbiete es ich hab zu hart gearbeitet um einen Hof zu verlieren nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändes wir können so nicht weitermachen ich koche putze kümmere mich um den Stall und das Feld nicht nur du müß dich ab du hättest das Geschäft schließen sollen wie mein Vater gesagt hat wir sind mit allem im Verzug du hast das ganze Geld meines Vaters verloren du spielst mit dem Feuer Sophia was soll das so lass ich nicht mit mir reden und du hast dich verändert der Mann den ich geheiratet habe hätte seine Familie nie hungern lassen so wahr ich hier stehe du wirst meinem Sohn nicht weh tun Halt dein Maul oder ich stopf's dir was ist nur in dich gefahren du glaubst Antworten auf alles zu haben oder du gottverdammte klugscheißerin ich dachte dein Vater würde uns nützen aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten wenn du den Jungen nicht erziehen kannst übernehme ich das Verschwinde ja ja fass schnapp ihn dir versteckst dich im Schrank dein Anblick macht mich krank schaff deinen Arsch her sofort BAMS hat leider nichts gebracht ich hätte einen anderen Gegenstand wählen sollen wenn es bewegt sich etwas das Blatt beginnt sich zu wenden der Wiesenaukreis wird stärker ich brauche sie an meiner Seite wenn wir zuschlagen und fühlst du die dritte? Wann dürfen wir endlich ballern hier? Wann dürfen wir endlich ballern hier? das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen und manchmal muss man die Tiere bestrafen töten oder getötet werden die Alten und Schwachen sind verdammt alle Arten von Abfall Krankheit Schmutz Ungeziefer wollen uns wegnehmen was wir verdient haben wir müssen die Schergen begradigen es liegt an dir bringe an den Abzug genau so und jetzt schieß nö kann ich nicht auf dich schießen ich will auf dich schießen ich erschieße da jetzt nicht den armen Hund du kleiner Kümmerling und dumm wie Bornenström stell du dich mal davor dich knall ich ab nein ich weigere mich ich werde den armen Hund nicht erschießen die Frage ist nur geht das überhaupt kann ich daneben schießen? ja hat leider nichts gebracht aber ich habe es versucht ihr habt es alle gesehen wer ist das? in der sich? in der sich? in der sich? die alten Hund schwachen sind verdammt ok hey Kollege na endlich na endlich was ist das hier? das U-Boot gehört jetzt uns ihr kriegt's nicht zurück wechsel komm her man gibt's hier nen Zoom? ja so hier noch nicht genug in your face war da nicht noch einer? gibt's hier noch Knarren? guck mal hier da gibt's noch schöne Sachen warum geht meine Gesundheit wieder runter? so so gehen wir mal weiter hier ah guck mal hier Muni Verbände was haben wir hier noch? Rüstung alle schön einsammeln hier nimm das mit im Rollstuhl im Rollstuhl kämpfen im Rollstuhl kämpfen haltet euch an ja ein unterwegs so Junge Junge in die Zimmer ganz schön rein hier ja hier nimm mit was haben wir hier schönes ich hoffe man kann hier keinen Team Beschuss machen es war kugelsicheres Glas würde ich mal sagen da gibt's wieder was zum aufsammeln noch mehr zum aufsammeln nö nö so wunderbar äh schnell 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 ah na also eins zwei drei mach's gut du Stück Dreck nun Herr Blazkowitsch schön dass Sie wach sind weniger schön dass Sie herumlaufen ah ja wo ist sie zuletzt hat sie hat sie mit Karoline den Turmplattformaufzug bewacht zeigen Sie mir den Weg dahin Junge Sie wie lange Sie im Bett waren fünf Monate Ihr Körper ist im Eimer verstehen Sie Ihre Nieren sind hin Sie 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 haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen keine Zeit dafür was sagen Sie mir Sie 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 haben Sie 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 Plattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse. Ein sturer Ochse. Na gut. Also bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt denen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay. Okay. Vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Wie brav die da alle in den Tod gerannt sind. Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. So. Ich bin der Jäger. Komm her. So. Bist jetzt endlich tot? Na komm. Zeig dich nochmal. Die fressen ganz schön viel, du. Ah, hier gibt es wieder Muni. Ich kenne es aus dem alten Wolfenstein noch. Oder aus dem letzten Teil. Der Old Blood. Na hier. Den kann ich doch bestimmt auch mitnehmen. Na komm hier. Sammel ein. Na endlich. Bist du tot? Ja. Man weiß ja nie bei diesen Dudes. Zack. Zack. Alles mal einsammeln. Oops. Bis zum nächsten Mal.